Kommen Sie ganz nah ran. Denn je mehr Sie zu sehen glauben, desto einfacher ist es, Sie zu täuschen. Ladies und Gentlemen, bei unserem letzten Trick werden wir eine Bank ausrauben. Auf drei werden Sie durch Raum und Zeit zu Ihrer Bank in Paris teleportieren. Eins, zwei, drei. Jeder in diesem Saal hat schwere Zeiten durchmachen müssen. Einige haben ihr Zuhause verloren, ihr Auto. Doch heute Abend werden wir Ihnen einen Teil dieses Geldes zurückgeben. Danke Ihnen allen. Gute Nacht. Keine Bewegung, Hände dahin, wo ich Sie sehen kann. Können Sie mir erklären, wie Sie in drei Sekunden von Las Vegas nach Paris gekommen sind? Wie sagen die jungen Leute heutzutage, ach ja, Magie? Ich werde dich dran kriegen. Lektion 1 der Magie sei immer der schlauste Kerl im Raum. Ihre Bank war das Ablängungsmanöver, während Sie den echten Trick vorbereitet haben. Lassen Sie sie auffliegen und machen Sie sie fertig. Moment, Moment. Okay, darf nicht. Okay, danke. Danke fürs Zeitverlieren. Was für ein grandioser Trick es auch ist. Er wurde vor langer Zeit erfunden. Ich glaube, das, was als nächstes kommt, wird uns absolut verblüffen. Sehen Sie genau hin. Denn je näher Sie zu sein scheinen, desto weniger werden Sie tatsächlich sehen. Ja, danke. Ich bin sicher, ich habe das Gefühl, ich schütt actors, ohne sie zu Ende. Ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin更 bleibe.